Markus, Stein, 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 Stein! Servus, ich bin der Markus und ich will heuer die beste Zeit in den Bergen haben. Den Sommer meines Lebens. Und das ganz ohne Auto und nur mit den Öffis. In dieser Folge geht es für Hanna, Franz und mich wieder über Fels, Eis und jede Menge Gletscherspalten. Denn wir versuchen uns am Pitzbuin in der Silvretta. Auf dem Weg kommen wir außerdem am Fluchthorn vorbei, bei dem es in diesem Jahr einen riesengroßen Bergsturz gab. Hier schauen wir auf eine komplett veränderte Landschaft und wir erleben wieder einmal, wie weit die Veränderungen durch den Klimawandel tatsächlich gehen. Auf geht's! Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin hier gerade mal ein bisschen reiser. Wir sitzen nämlich schon im Wailjet und die zwei Murmelmäuschen hinter mir sind im Tiefschlag. Hier sind wir auf dem Weg in den Silvretta. Da verbringen wir die nächsten drei bis vier Tage und gehen auf Hochtour auf den Pitzbuin. Wir machen eine Durchschreitung. Wir starten in Galtöhr und enden dann an der Bieler Höhe. Und ich glaube, jetzt wecke ich die zweimal. Wir müssen mal den Weg durchgehen, den ich mir da überlegt habe. Also wir kommen jetzt dann nachher mit dem Bus hier in Galtöhr an. Das ist unser Startpunkt. Und von da aus haben wir erstmal einen recht langen Hatscher hier ins Tal rein, bis auf die Jamtalhütte. Da verbringen wir auch unsere erste Nacht. Aber heute Nachmittag schauen wir dann erstmal noch, ob wir hier mal ein bisschen Richtung Fluchthorn kommen. Da müssen wir gucken, es soll gewittern. Aber ich hoffe, dass es mitspielt, weil das wäre natürlich schon sauspannend. Da gab es dieses Jahr den Feldsturz. Ich glaube, das ist recht beeindruckend, wenn wir uns das mal anschauen können. Dann morgen gehen wir hier über den Jamtalferner Richtung Dreiländerspitz. Da machen wir unseren ersten Gipfel dann quasi und steigen dann wieder hier ab auf die Wiesbadener Hütte, wo wir dann die zweite Nacht verbringen. Und übermorgen geht es dann über den Ochsenthaler Gletscher auf den Pitzbühnen, also Tour-Highlight sozusagen. Von da aus steigen wir dann wieder ab auf die Wiesbadener Hütte, verbringen entweder da nochmal eine Nacht oder wenn es uns ausgeht, straffen wir ein bisschen und laufen dann wieder ganz gleich raus zur Bieler Höhe, von wo es dann mit den Öffis wieder zurückgeht. Ich finde es schön, dass dir jetzt was ist, wenn du genau weißt, dass wir in einer halben Stunde die Bus fahren müssen. Ja, da war ich. Du hast es gerne gemacht, beim letzten Mal. Ich weiß nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Ohne mich raus zu. Aber ich glaube, es wird nicht so schlimm wie beim letzten Mal. Du musst es einfach positiv visualisieren. Und wenn ihr mich nachher kotzen sehen wollt, dann bleibt dran. Markus hat uns gerade eröffnet, dass wir noch fünf geworfen haben, bevor es losgeht bei ihm. Wir sind heute extra früh los und extra früh aufgestanden, weil wir uns jetzt noch das Fluchthor anschauen wollen. Ja, genau. Das ist hier gleich ums Eck, glaube ich, da vorne links. Da hinten rein, ja. Da bin ich schon echt saugspannt drauf, muss ich sagen, weil da gab es ja dieses Jahr einen riesen Bergsturz, oder? Stimmt, ja. Da ist ordentlich was runtergekommen. Was ist da genau passiert? Der Permafrost da oben, der taut. Und dadurch geht der ganze Hang in Bewegung und dann ist da, ja, im Prinzip eigentlich der Gipfel wegrutscht. Permafrost, was ist denn das genau? Das wollte ich schon lange mal wissen irgendwie, weil man hat so einen umrissenen Begriff, aber genau kann ich mir irgendwie nichts darunter vorstellen. Also der Permafrost, Permafrost bedeutet, dass das durchgehend das ganze Jahr gefrorener Boden ist. Also unter Null. Das hat nicht unbedingt was mit der Menge an Eis zu tun, die da drin ist, sondern es ist wirklich der Boden, der da gefroren ist. Das ist immer unter so einer Auftauschschicht. Die ist mal dicker, mal weniger dick, je nach Ausrichtung auch und je nach Bedingungen rundherum. Genau. Und der Punkt ist, jetzt im Klimawandel, taut der immer mehr. Also den gibt es so ab 2500, 2800 Meter nordseitig. Und diese Grenze, wo es den gibt, die geht immer weiter nach oben. Und der ist wie so ein Kleber. Also der klebt den Berg so zusammen. Und wenn das dann anfängt, anfängt wärmer zu werden, wird das Eis elastischer. Und dadurch können dann so Stürze passieren. Also der muss nicht mal komplett schmelzen, sondern das reicht, dass das wärmer wird und dass wir ins Schmelzen kommen. Wie wenn du dir ein Eis kaufst. Und das auch quasi am Anfang ist ja relativ hart. Und dann ist es immer noch da, aber es ist viel weicher. So ungefähr kannst du es dir vorstellen. Wie geht denn das dann in den nächsten Jahren bitte weiter? Irgendwie taut ja alles auf, oder? Ja, schon. Also gerade Steinschlag ist eine Sache, die schon akut wird. Also Steinschlag ist ja was sehr Akutes. Also du hast ein Tauwetter, dann kommt Wasser rein, dann friert es wieder auf und dann sprengst du es weg. Beim Permafrost geht das ein bisschen anders, weil der ist ja so weit im Boden drin. Und das braucht zum Teil richtig lang, bis die Temperaturen, die außen sind, in den Permafrost reingehen, um den zu schmelzen zu bringen. Das heißt, so Permafrost-Phänomene, die haben so eine Zeitverschiebung. Und Steinschlag ist einfach sehr akut. Das heißt, man hat da quasi von beiden Seiten einfach Sachen, die man in Zukunft berücksichtigen muss. Ja, dann schauen wir uns das jetzt an, oder? Jetzt sind wir eh gleich da. Gehen wir schnell auf Twitter, packen zusammen. Und schauen wir mal eine halbe Stunde weiter. Ja, dann schauen wir mal eine halbe Stunde. Und mich hat dann von der Flugpolizei in Innsbruck ein Pilot angerufen am Nachmittag und hat gesagt, Sie haben da eine Meldung gekriegt, an Fluchton ist ein großer Feldsturz, wo wir die Hütten geschaffen haben. Da habe ich gesagt, nein, wir haben die Hütten noch zu. Dann bin ich natürlich sofort auf die Hütte gefahren und habe zuerst gefragt, ob im Selbstversorgeraum jemand da ist, ob jemand im Hüttenbuch eingetragen ist, ob niemand im Fluchton unterwegs ist. Und dann in der Zwischenzeit war eh die Polizei da mit ihm angeschraubt. Dann sind wir da auch eingeflogen und das war dann schon abartig, sagen wir mal so. Also umso mehr, dass ich gesehen habe, umso größer sind die Augen geworden. Die Anweise war super, bis auf die Busfahrt mal wieder. Also die Serpentinen vertrage ich einfach nicht. Mir war wieder ziemlich übel. Nicht ganz so schlimm wie beim letzten Mal. Und die anderen haben auch gesagt, dass ich nicht so grün um die Nase war. Aber toll war es irgendwie trotzdem. Bei Markus hätten wir es heute fast geschafft, das arme Pöcklein. Bei dem hätte das Frühstück fast schon wieder Pötchen gegeben. Aber es ist alles nochmal gut gegangen, Gott sei Dank. Hier an der Jamtalhütte haben wir eigentlich nur ganz kurz abgelegt und sind dann weiter Richtung Fluchton. Das am Fluchton heute war echt krass beeindruckend. Also zu sehen, wie viele hunderttausende Kilogramm Fels einfach von so einem Eis zusammengehalten werden, das ist ganz schön krass. Jetzt warten wir eigentlich nur noch auf eins meiner persönlichen Tageshighlights über den Schritt, nämlich aufs Hüttenessen. Wir wissen noch gar nicht, was es gibt. Ich hoffe ganz stark auf Knödel. Ich habe ziemlich großes Vertrauen in die Hüttenwitzleute. Das wird mit Sicherheit wieder saugut. Und ja, wir haben ein richtig schönes Zimmer bekommen. Vierbettzimmer mit eigenem Waschbecken und Blick aufs Fluchthorn, wunderschön. Einziger Wermutstropfen ist, dass ich mit dem Franz im Bett schlafen muss. Und der Franz ist ein wenig nachtaktiv. Morgen geht es dann weiter auf die Dreiländerspitze. Die sieht man hinter mir schon ziemlich deutlich. Und da kriegen wir, glaube ich, einen schönen Ausblick und eine gute Tour. Und dann geht es runter auf die Wiesbadener Hütte, wo man dann die zweite Nacht verbringt. Bier, 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 Bett, Bett, Bett. Bier, Bett, 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 Bett. Bier, Bett, 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 Bett. Auf so einem Gletscher gibt es nur viel mehr zu sehen, als einfach nur einen Haufen Eis und ein paar Spalten. Wir sind ja jetzt gerade an so Löchern im Eis vorbeigekommen. Das sind Gletschermühlen, wo das Wasser im Boden verschwindet im Prinzip. Die kommen so zustande, dass die Bäche, die hier oberflächlich auf dem Gletscher abfließen, wenn die Spalte oder ein kleines Loch finden, fressen die sich da richtig rein in das Eis. Und das geht dann bis auf den Boden runter. Hier sind jetzt echt ganz viele, aber man sieht auch einfach, wie viel Oberflächenwasser hier runterkommt. Und das passiert übrigens, wenn sich der Gletscher zurückzieht. Man hat einfach nur noch eine Geräusche, wenn man irgendwie gefasst hat. Ja, du, richtige Scheiße, Jura. Ja, du, richtige Scheiße, Jura. Ich glaube, wir gehen jetzt eher quasi da in den kompakten Fels rein und nicht in diese Schuttkegelerei, oder? Und dann da quasi an der Seite so vorbei, da hoch, oder? Genau. Markus, Stein, 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 Stein. Schuttscheißglässerei. Das ist die neue Disziplin im Alpenverein. 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 Markus hat mein Lieblings-Snack dabei. Der Tag heute war echt ganz cool. Wir sind auf der anderen Seite über den Gletscher und haben da Gletschermühlen gesehen und voll fette Spalten. Das war schon ziemlich cool. Genau, und dann sind wir weiter auf die Dreiländerspitze und da war es am Anfang ein bisschen sketchy. Da war ganz schön viel Geröll und es kam einem ganz schön viel entgegen. Heute war es für mich irgendwie ein bisschen doof. Ich habe irgendwie den Weg auf die Dreiländerspitze, glaube ich, zu leicht genommen. Ich war hier schon mal vor ein paar Jahren und war mir ziemlich sicher, das noch im Kopf zu haben, aber habe mich da ziemlich verfranst. Super anspruchsvoll zum Teil und auf der anderen Seite aber auch wirklich spannend. Und ich habe mich dann tatsächlich auch entschieden, unten zu bleiben. Bei mir war es dann echt ein bisschen zu sketchy. Mir ist dann da so ein Griff auch ausgebrochen, den ich eigentlich in der Hand hatte. Und dann bin ich weggerutscht und dann habe ich gedacht, oh oh, das wird oben noch ausgesetzt. Da möchte ich irgendwie lieber mit einem kühlen Kopf reinwenden. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, dann bleibe ich unten. Wir hatten viele Kletterpassagen. Es ging unten los. Da war es abschüssig auch im Geröll. Da musste man sich wirklich raufpressen, raufdrücken. Es ist ewig rumgerutscht. Wir waren nur ein paar Meter neben dem Weg eigentlich. Und dann hätten wir eine ganz andere Situation gehabt. Oben wurde es dann ein bisschen besser, kompakterer Fels. Da hat man auch mal eine Leiste in die Hand bekommen oder einen schönen Riss und diffizile Fußtritte. Aber ja, alles recht ausgesetzt. Das war natürlich schon cool. Normalerweise bin ich hier in der Silvretta zum Bouldern und zum Klettern. Und jetzt hier mal ein bisschen zu drücken und ein paar Leisten festzuhalten. Das war schon einfach spaßig. Aber man hat heute schon auf jeden Fall gemerkt, wie es wärmer wird und wie überall Steine runtergekommen sind. Also auch, wo ich da gesessen bin und auf die zwei Jungs gewartet habe. Überall hat es gebröselt von allen Seiten irgendwie. Und man merkt, diese Gefriergrenze steigt aktuell einfach. Also es ist so warm und gerade das oberflächlich Gefrorene, das löst sich einfach so schnell. Und das war schon auch noch mal ganz schön krass, da so mittendrin zu sitzen eigentlich. Jetzt freue ich mich trotzdem erstmal auf die Hütte. Bisschen Füße hochlegen, gutes Essen genießen. Morgen wird ja der noch schönere Tag als heute. Mehr Sonne, mehr Wärme. Morgen wird es dann auch noch mal echt spannend, weil da sind wir dann auf dem Weg zum Pitzbo hin. Da bröselt es ja eh auch schon. Da haben wir glaube ich auch noch mal echt eine ganze Menge Gletscher. Der schaut auch noch mal fast ein bisschen wilder aus als das, was wir heute hatten. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und oben gibt es dann auch noch mal eine Kletterei, einen Kamin. Ich glaube zwei plus oder drei. Von dem her muss ich jetzt heute noch mal, glaube ich, ein bisschen in mich gehen, weil auf dem Pitzbo hin war ich zur gleichen Zeit schon mal. Und da muss ich, glaube ich, auch noch mal meine Erinnerungen mit der Tourenwirklichkeit abgleichen, dass das morgen irgendwie besser passt. Ja. 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 Wie es jetzt noch mal das, was wirquote, es ist heute noch mal, Oh, ich muss jetzt noch mal die letzten Tage so long, Untertitelung des ZDF, 2020 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 auch nicht so schlecht. Das waren jetzt wieder echt ein paar beeindruckende Tage hier im Gebirge. Das war echt saucool. Also auch an dem Fluchthorn zu stehen und das mal zu sehen, wie viel Masse an Berg darunter gekommen ist, das war echt krass. Und dann auch hier der Übergang und die Gletscher, wo wir heute drüber gegangen sind mit den fetten Spalten. Also das war schon einfach richtig krass beeindruckend. Und jetzt muss ich aber sagen, freue ich mich auch hart auf den Bus und auf Heimfahren und Füße hochlegen, weil es war schon echt lang heute. Genau, aber auch echt richtig cool. Schweiz, Österreich, Schweiz, Österreich. Mega geil. Grenzstein. Ich bin der Grenzgänger. Ja. 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 Ja.